Herzlich willkommen Freunde zu Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 2, unseren neuen Free-to-Play-Account, in dem wir als erste galaktische Legende den obersten Anführer Kylo Ren farmen wollen. Ihr habt mich so oft gefragt, welche Einheiten ich denn gerne in welcher Reihenfolge farmen möchte, dass ich jetzt extra für euch diese Grafik zur Übersicht angefertigt habe und dieses Video aufnehme, um euch zu erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Ihr seht, das Ganze ist in drei Phasen unterteilt, Phase 1 ist dabei die wichtigste, denn die bildet das Rückgrat unseres neuen Accounts, danach haben wir Phase 2 und 3, da sind wir relativ frei in dem, was wir tun und das kann sich unter Umständen auch ein klein wenig ändern, je nachdem, welche Einheiten in Zukunft noch erscheinen werden, aber so im Groben und Ganzen ist das der Plan, den ich in den nächsten Monaten bzw. Jahren mit euch gemeinsam verfolgen möchte. Was ich mir also dabei gedacht habe, erkläre ich euch nach dem Intro, also los geht's! Zuallererst einmal solltet ihr wissen, Freunde, warum ich mich überhaupt für den obersten Anführer Kylo Ren als die erste galaktische Legende entschieden habe. Und der wichtigste Grund, den ihr euch alle zu Herzen nehmen solltet, ist ganz einfach der, ich habe mega Bock drauf. Ich habe einfach riesen Spaß an der ersten Ordnung und ich mag Kylo Ren mittlerweile so gerne, dass ich auf jeden Fall ihn als galaktische Legende farmen möchte. Das ist der erste und wichtigste Grund, warum ich das tue. Würde ich irgendeine andere galaktische Legende als allererstes farmen wollen, würde ich das tun, unabhängig davon, was andere Leute mir sagen, was ich denn farmen sollte. Jetzt ist es aber auch so, dass, ähm, glücklicherweise es auch eine objektive Meinung gibt, welche galaktische Legende denn am besten ist, als erstes zu farmen. Und, ähm, die meisten Spieler sind aktuell der Meinung, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos, dass der oberste Anführer, Kylo Ren, äh, am sinnvollsten ist, als allererste galaktische Legende zu farmen. Und das hat folgenden Grund. Er ist zum einen mitunter am einfachsten zu bekommen, also am schnellsten zu farmen. Man kommt also am schnellsten mit ihm an eine galaktische Legende ran. Der Weg, um an ihn heranzukommen, ist recht sinnvoll für neue Spieler. Und außerdem ist er nützlich in jedem einzelnen Spielmodus. Dementsprechend, wenn euch egal ist, welche galaktische Legende ihr als erstes farmen solltet, macht's doch einfach wie ich, farmt den obersten Anführer, Kylo Ren. Falls ihr aber eine persönliche Präferenz habt, vielleicht Rey oder Palpatine, oder vielleicht sogar den neuen Lord Vader, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos ist ja ziemlich neu, ähm, dann farmt den von mir aus gern als erstes. Das hier ist kein bindender Guide, das ist definitiv nicht das beste Vorgehen, wie man dieses Spiel spielen kann. Es ist ganz einfach das Vorgehen, das ich mir ausgedacht habe. Und weil ihr mich gefragt habt, was ich mir ausgedacht habe, teile ich es jetzt hier mit euch. Okay? Also fangen wir mal an mit den Details. Also Freunde, wir gehen folgendermaßen vor. Wie ja vorhin schon mal gesagt, ist Phase 1 die wichtigste, denn die bildet das Rückgrat unseres Accounts. Denn hier werden wir zum einen unsere für lange Zeit dominanteste Fraktion farmen, nämlich die erste Ordnung. Außerdem werden wir hier den Grundstein für unsere Flotte legen, die eine erste Ordnung Flotte sein wird, denn wie gesagt, wir machen alles ein Zeichen der ersten Ordnung. Außerdem werden wir in der Lage sein, Cetas zu farmen, die sehr relevant sind, um eben die ultimativen Fähigkeiten unserer Einheiten freizuschalten. Und wir kommen an unsere erste galaktische Legende, den obersten Anführer, Kylo Ren. So, wir zoomen also mal rein hier zu den Truppeinheiten. Und die sind hier, ja. Das erste Team, das wir farmen werden auf der hellen Seite, ist das Phönix-Team, bestehend aus Ezra, Hera, Chopper, Kanan und Zep. Der Grund ist ganz einfach der, diese Einheiten kann man sehr leicht, fast gleichzeitig, farmen. Und wir werden die alle auf sieben Sterne bringen, aber maximal Ausrüstungsstufe 8 bis 10. Der Grund ist, die helfen uns dabei, die ersten helle Seitekämpfe leicht zu schaffen. Außerdem ermöglichen die uns, einen recht hohen Rang in der Trupp-Arena und den Galaktischen Krieg sicher abzuschließen, damit wir eben weitere Einheiten ordentlich farmen können. Dazu brauchen wir 5 Rebellen, um Imperator Purpatine freizuschalten und 5 Phönix-Einheiten, um Thrawn freizuschalten. Das sind beides sehr wichtige Schlüsselcharaktere vom Imperium. Und auch die werden allein nur durch dieses Team hier ermöglicht. Wenn wir also, ähm, die hier auf sieben Sterne gebracht haben und auf Ausrüstungsstufe 8 bis 10 warten wir, bis die beiden Events hier starten und werden dann diese beiden Charaktere bekommen, die wir aber erst einmal nicht ausbauen werden. Ähm, Darth Vader bekommen wir als Erfolg und Tarkin werden wir aktiv farmen, nachdem wir Kanan aktiv gefarmt haben und Colonel Stark, äh, werden wir ebenfalls aktiv farmen, aber mit, ähm, naja, niedrigerer Priorität. Wichtig ist eben, dass wir irgendwann einmal ein Imperium-Team fertig haben. Äh, wir, wir bekommen sehr viele Einheiten, die wichtig sind für uns hier schon zusammen. Ganz, ganz einfach, denn damit können wir R2-D2 freischalten und für die Flotte sind Vader und Tarkin am wichtigsten. Deswegen werden wir deren Ausrüstungsstufen so hoch wie nur möglich bringen. Okay? Als nächstes farmen wir Erste Ordnung und, äh, die Erste Ordnung hat hier höchste Priorität. Gleichzeitig farmen wir auch die Kopfgeldjäger mit zweiter Priorität. Okay? Also Erste Priorität hat die Erste Ordnung mit dem Schmuggler-Veteran Han Solo und Zweite Priorität haben die Kopfgeldjäger. Innerhalb der Ersten Ordnung hat höchste Priorität das, was hier oben ist, nämlich das sind alles Piloten, das sind alles Crewmitglieder. Wir brauchen fünf Erste Ordnung-Einheiten, um BB-8 freizuschalten, das ist nebensächlich. Und, ähm, die Piloten hier ermöglichen uns mit den Kopfgeldjägern, von denen von, äh, wo von den fünf Kopfgeldjägern vier Stück auch Piloten sind, hier eine ordentliche Flotte aufzubauen. Denn wir haben Tarkin, wie schon erwähnt, als Großkampfschiff. Wir haben Vader, von dem wir ebenfalls sein Schiff farmen. Kylo Ren unmaskiert mit seinem Schiff. Die beiden Erste Ordnung-Tai-Jäger, ne, die Piloten mit ihren Schiffen. Und dann das Kommandoshuttle, das eben aus den dreien hier besteht. Phasma, Sturmtruppler und Kylo Ren mit Maske. Dementsprechend haben wir sofort sehr gute dunkle Seite-Schiffe für eine Flotte. Und auch schon vier unserer Ersten Ordnungsschiffe, die wir auch benötigen für unsere obersten Anführer, Kylo Ren. Okay? Ähm, die Kopfgeldjäger, die wir nebenbei farmen. Vier davon haben ebenfalls Schiffe und drei davon benötigen wir für unseren obersten Anführer Kylo Ren. Also sehr, sehr wichtig, dass wir die farmen. Denn, ähm, fünf Kopfgeldjäger ermöglichen uns Chewbacca und, ähm, vier Kopfgeldjäger, deren Schiffe, ermöglichen uns Hans Millennium Falcon und drei Kopfgeldjäger, nämlich Bosk, Boba und Cad Bane, deren Schiffe, Houndstooth, Slave One und Xanadu Blut oder Xanadu Blatt, ermöglichen uns mit den Schiffen der Ersten Ordnung zusammen Hux, ähm, Großkampfschiff, die Finalizer. Und der ist nötig, also Hux und sein Großkampfschiff sind nötig, um eben obersten Anführer Kylo Ren zu bekommen. Okay? Des Weiteren hat das Ganze den Vorteil, dass wir in erster Linie dunkle Seitenschiffe farmen und wir brauchen Tarkin und sechs weitere dunkle Seitenschiffe. Das heißt also Tarkin, Vader, äh, Erste Ordnungsschiffe und, äh, gemischt mit den, ähm, Kopfgeldjäger-Schiffen, es ist egal welche, es müssen sechs Stück sein, damit können wir dann nämlich Setas farmen in der Herausforderung. Also ebenfalls sehr, sehr wichtig, dass man dunkle Seitenschiffe schnellstmöglich farmt. Ihr seht also, was ich mir hier bei Phase 1 gedacht habe, wenn wir das Ganze noch mal im Großen und Ganzen anschauen, äh, wir farben Phönix für die helle Seite, ähm, dann bekommen wir eben Imperium auf natürliche Art und Weise einfach zusammen. Zwei davon sind wichtig für die Piloten, dann farben wir die Erste Ordnung Pilot mit höchster Priorität, alle anderen Erste Ordnung Charaktere und, ähm, Schmuggler-Veteran Han haben zweite Priorität und, äh, auch die Kopfgeldjäger haben zweite Priorität, das ermöglicht uns eben insgesamt Setas zu farmen, die Finalizer zu farmen, General Hux, äh, Großkampfschiff, Hans Millennium Falcon zu farmen, außerdem noch Chewbacca und wir haben dann hiermit alles zusammen, was nötig ist, um den obersten Anführer Kylo Ren freizuschalten. Das ist also der Grundstein für unseren neuen Account und auf diese Weise wird uns eben die Erste Ordnung sehr dominant begleiten, denn wir haben einmal das Phönix-Team, wir werden ein kleines Imperium-Team haben, wir werden zwei Teams der Ersten Ordnung bilden können, zusätzlich zur Ersten Ordnung Flotte, verstärkt durch Vader und ein paar Kopfgeldjäger und wir werden ein Kopfgeldjäger-Team haben. Außerdem schon den Ansatz für viele andere wichtige Charaktere in der Zukunft, denn R2-D2, BB-8, Chewbacca, das sind sehr, sehr starke und sehr wichtige Charaktere, genauso wie Palpatine und Thrawn, äh, die wir eben für andere Charaktere und andere Events in Zukunft brauchen werden. Das ist also erstmal wichtig, dass ihr das wisst und darauf baut alles auf, was wir in Zukunft tun werden. Es wird ein ganzes Weitchen dauern, bis wir Phase 1 abgeschlossen haben und wir werden wahrscheinlich übergreifend mit Phase 1 schon mal anfangen an Phase 2 zu arbeiten, denn, äh, den obersten Anführer, Kylo Ren, freizuschalten, dauert ein ganzes Weitchen, denn die Einheiten müssen ja alle entsprechend ausgerüstet und reliktet werden und dann arbeiten wir mit nächster Priorität an einem Helle-Seite-Team, nämlich keinem geringeren als den hier mit Jedi-Ritter-Revon. Der Grund ist ganz einfach der, dass wenn wir den, äh, Phase 1 abgeschlossen haben, haben wir einen sehr dunkle Seite dominanten Account und wir brauchen jetzt auf jeden Fall starke, helle Seite-Einheiten. Wir könnten jetzt theoretisch anfangen, da wir nicht viele Einheiten brauchen, an Jedi-Training-Ray zu arbeiten. Die hab ich hier erst in Phase 3 reingepackt, denn die ist auch wichtig für die Galaktische Legende-Ray. Eventuell werde ich das tun und ihr könntet, ich will euch die Option einfach offen lassen, jetzt anfangen, eben, ähm, an der nächsten Galaktischen Legende zu arbeiten, nämlich an Jedi-Training-Ray, äh, also erst die Jedi-Training-Ray und dann eben die Galaktische Legende-Ray, denn das wäre eine Option. Ich persönlich werde aber stattdessen erst einmal diese Charaktere hier farmen, Bastila, Jolie, Mission Veo, äh, Salbar und T3-M4 um Jedi-Ritter-Rewan freizuschalten. Und das hat folgenden Hintergrund. Die nächste Galaktische Legende, die ich gerne farmen möchte, ist der, ähm, Imperator der Sith-Ewigen Purpetin. Ich will also nicht gleich Rey, ich will erst einmal Purpetin haben und ich brauche ein paar helle Seite-Teams, die ich einsetzen kann und will außerdem noch ein paar andere wichtige Charaktere vorbereiten. Zusätzlich sind diese Charaktere, die hier gefarmt werden in Phase 2, sehr leicht zugänglich und helfen uns auch sehr gut in der großen Arena-Meisterschaft. Das ist nämlich auch wichtig, denn wenn wir nämlich jetzt hier Richtung Jedi-Training-Ray gehen und danach Richtung Galaktischen Legende-Ray, würden wir, ähm, Widerstands-Charaktere farmen müssen, die hier sind relativ einfach, weil wir haben ja BB-8, wir haben, äh, Han Solo als Veteran, wir müssten eigentlich nur noch unsere Rey ausbauen, Finn und, äh, Veteran Chewbacca farmen, dann hätten wir schon Jedi-Training-Ray. Das ist relativ einfach, aber die Charaktere, die danach gefarmt werden müssen, haben nichts mit dem gemeinsam, was wir schon haben oder noch machen wollen. Und was ich damit meine, erkläre ich euch jetzt. Wenn wir also, ähm, statt Jedi, statt also auf Rey zu gehen, erst einmal diese Einheiten farmen für Jedi-Ritter Revan, dann haben wir nämlich mit Revan, Bastila, Jolie, unseren Escher, unseren Kanin von vorher, fünf Jedi zusammen, die nötig sind, um Großmeister Yoda zu farmen. Und den können wir dann für ein Jedi-Team benutzen. Sehr schön. Okay, dann ist also das Ding abgeschlossen. Wir haben damit also, ähm, weitere sehr starke, helle Seite-Charaktere. Als nächstes farmen wir diese Einheiten hier. Karth Onasi, Juhani, Kanderous Ordo, die gefallene Bastila-Shan und HK-47. Denn diese Einheiten werden benötigt, um Darth Revan zu farmen. Und Darth Revan und Jedi Knight Revan, also Jedi Knight Revan, sind beide sehr, sehr nützliche Einheiten. Zumal wir mit denen zusammen, also mit diesen Charakteren hier, äh, auch Darth Malak freischalten können. Und der ist eine unheimliche Verstärkung in der großen Arena-Meisterschaft für uns. Denn ihr merkt, in Phase 1 ging es noch darum, eine Flotte aufzubauen für die Flotten-Arena, Setas farmen zu können, unsere erste galaktische Legende zu bekommen, den galaktischen Krieg irgendwie zu schaffen, in der Arena, in der Trupp-Arena sich irgendwie zu platzieren. Aber in Phase 2 kommt es schon mittlerweile darauf an, in den Territorial-Kriegen, in den Territorial-Schlachten und in den großen Arena-Meisterschaften ordentlich abzuschneiden. Und das bedeutet, wir brauchen schnellstmöglich viele starke Teams. Statt wenig starke Teams, viele starke Teams, ja? Und hier bekommen wir wirklich viele ordentliche Teams zusammen, die für die große Arena-Meisterschaft und für Territorial-Kriege, Territorial-Schlachten und so weiter sehr relevant sind. Okay? Da wir ein Defizit an hellen Seiteneinheiten haben und schnell helle Seiteneinheiten brauchen, bietet sich eben Jedi-Ritter-Revan am meisten an und dann das Upgrade zu Darth-Revan und Darth-Malak. Wenn das dann gemacht ist, könnten wir theoretisch ein Darth-Revan-Team bauen. Wir haben Malak, Darth-Revan, Harka 47 und Bastila. Und der Charakter, der meistens mit den vielen zusammen gespielt wird, ist der Sith-Marodeur. Den würden wir dann als nächstes farmen. Und Überraschung, der Sith-Marodeur wird ebenfalls benötigt, um den Imperator der Sith-Ewigen Purpetin zu farmen. Der ist nötig dafür. Und dementsprechend, weil wir den sowieso farmen, um unser Revan-Team zu kompletieren, hilft er uns schon mal hierfür. Des Weiteren haben wir schon viele Einheiten, die für den nötig sind. Wir haben nämlich schon angefangen, Imperium-Charaktere zu farmen. Colonel Stark und diese Einheiten hier, die allesamt nötig sind für Imperator der Sith-Ewigen. Und das bedeutet, wir farmen als nächstes diese Truppler. Denn diese Truppler hier, also jetzt, Krennic ist jetzt technisch gesehen kein Truppler, aber ich fasse ihn trotzdem mal zusammen. Diese Charaktere werden auch benötigt für den Imperator der Sith-Ewigen und ermöglichen uns, ein Truppler-Team aufzubauen. Denn, wenn wir das Let's Play starten, haben wir Gideon schon bekommen auf drei Sterne. Wir haben einen Dunkeltruppler, den wir auch relativ leicht farmen können. Wir haben diese beiden hier, Piers und Viers, die wir farmen müssen und Colonel Stark. Auf diese Weise können wir also schon ein sehr gutes Truppler-Team bauen. Dazu kommt, dass wir die königliche Wache hier dann hier anstelle von Stark spielen können und haben dann ein starkes Imperium-Team. Es ist also nicht nur sinnvoll, um die Teams, die wir haben, auszubauen, ja, also wir bauen quasi auf dem auf, was wir haben, sondern wir brauchen diese Einheiten außerdem für Imperator der Sith-Ewigen. Jetzt fehlen uns nur noch drei Sith, nämlich Count Dooku, Darth Maul und Darth Sidious und Jedi-Ritter Anakin ausgebaut, den wir ja auch am Anfang schon bekommen haben und das war's. Und dann haben wir alle Einheiten, die nötig sind, um Imperator der Sith-Ewigen freizuschalten. Das ist der Grund, warum ich mich für den entschieden habe, weil hier alle Zahnräder ineinander greifen. Alles, was wir vorher vorbereitet haben, ja, alle Puzzleteile, die wir schon mal, alle Puzzle, die wir schon mal angefangen haben zu bauen, bekommen hier ihre letzten Teile, um dann unsere nächste Galaktische Legende freizuschalten und damit schließen wir Phase 2 ab, Freunde. Dadurch, durch Phase 1, was unser Rückgrat gebildet hat und Puzzle, die wir angefangen haben, werden wir hier unsere Puzzle beenden und haben dann eben einen sehr stabilen Account aus immer noch mehr dunkle Seite Teams, aber auch sehr vielen mächtigen helle Seite Teams, vor allem bestehend aus Jedi, Jedi Ritter Revan und eben halt noch unserem Phönix Team und so weiter. Gute Einheiten, die wir benutzen können für eben die große Arena Meisterschaft, die eben am wichtigsten ist, um Kristalle zu farmen und unser zukünftiges Vorankommen zu beschleunigen. Okay? Danach starten wir mit Phase 3. Auch für Phase 3 gilt, dass wir unter Umständen von Phase 2 auf Phase 3 übergreifend farmen werden. Das bedeutet, wenn es zum Beispiel Charaktere gibt, die wir schon aus Phase 3 farmen können, weil wir eben Kapazitäten frei haben, obwohl wir uns doch in Phase 2 befinden, können wir das natürlich schon machen. Je früher, desto besser. Und in Phase 3 fällt euch gleich auf, dass alle Teams, die wir hier farmen, keinen direkten Bezug, außer Ray natürlich hier unten, die haben die keinen direkten Bezug zu den Charakteren, die wir hier oben gefarmt haben. Es geht also bei Phase 3 viel mehr um die Belohnungscharaktere, denn die sind wichtig für das zukünftige Vorankommen und warum erkläre ich euch jetzt. Also zoomen wir doch mal ganz kurz rein zu den Charakteren, damit ihr das versteht. Wir farmen als nächstes Team die Geonosianer, denn die Geonosianer haben mehrere Vorteile von uns. Zum einen haben sie drei starke dunkle Seiteschiffe, die wir dann mit der General Grievous Flotte spielen können. Wir haben zwar schon eine ordentliche Flotte hier mit der ersten Ordnung, das will ich auch ein Weilchen so behalten, das ist meine persönliche Präferenz, auch wenn Grievous und vielleicht andere Flotten stärker sind, aber ich hab einfach Spaß daran, die zu spielen. Trotzdem schadet es nicht eben irgendwann mal die Grievous Flotte aufzubauen mit den Geonosianern ist das schon mal sehr, sehr gut, okay? Dazu kommt, dass man mit allen 5 Geonosianern Padme freischalten kann im Padme Event und alle 5 Geonosianer werden benötigt, um in der Territorialschlacht den Akklai zu besiegen und Watt Tambor freizuschalten. Das heißt, wir fangen jetzt hier an, an Geonosis zu arbeiten für die helle und für die dunkle Seite. Partner wird benötigt für Geonosis helle Seite, Geonosianer werden benötigt für Geonosis dunkle Seite. Genauso wie eben Watt Tambor an Geonosis dunkle Seite gefarmt werden kann und auch da sehr hilfreich ist, okay? Ähm, da ja Geonosis dunkle Seite leichter ist als Geonosis helle Seite und man sowieso erst einmal an der dunklen Seite arbeitet und bevor man, sag ich mal, sich auf die helle Seite konzentriert, ähm, ist es auch gut, dass unser Account erstmal dunkle Seite lastig ist, dementsprechend werden wir für die dunkle Seite eine große Macht sein und fangen dann jetzt langsam an, eben auch unsere helle Seite auszubauen, okay? Also, Geolusianer, Geonosis dunkle Seite, wir farmen, ähm, Padme und Watt Tambor. Spätestens jetzt oder eben, wie gesagt, schon übergreifend, farmen wir Evox, denn 5 Evox werden benötigt, um C3PO freizuschalten und der ist eine extrem wichtige Einheit, der für viele andere Charaktere benötigt wird, so ähnlich wie R2D2, ja, also sehr, sehr, sehr wichtig, äh, deswegen auf jeden Fall Evox farmen schnellstmöglich, äh, um dann hier eben C3PO freizuschalten. Außerdem wollen wir spätestens jetzt anfangen, Shark-T zu farmen und die Klone, denn, äh, Shark-T und die Klone, äh, sind eine große Macht im helle Seite TB-Geonosis, ja, und ermöglichen uns hier Ki Adi-Muni zu farmen, der auch extrem mächtig ist für ein Jedi-Team. Dazu kommt, ähm, dass, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz rauszoomen, das Große und Ganze zu betrachten, wir haben Jedi-Ritte Anakin, wir haben Ahsoka noch nicht ausgebaut, das könnten wir aber tun, wir haben dann in der Gilde, mit unserer Gilde zusammen, General Kenobi gefarmt, wir haben C3PO gefarmt und Padme und können damit also ein ordentliches, äh, Galaktische Republik-Team bauen, das eben für die helle Seite TB nötig ist. Also, Padme ist nötig, mit diesem Team, das ich gerade erwähnt habe, Shark-T und die Klone sind nötig, und außerdem sind Jedi nötig, die wir vorher auch schon gefarmt haben. Das heißt, wir hätten auch schon drei ordentliche helle Seite-Teams, mit denen wir dann schon mal anfangen können, nützlich zu sein, im helle Seite TB-Geonosis. Okay? Und, ähm, wenn das dann geklärt ist, dann sind alle wichtigsten Einheiten und Teams für die entsprechenden Events, ähm, in den Startlöchern, beziehungsweise gefarmt, und wir können dann anfangen, an unserer nächsten Galaktischen Legende zu arbeiten, und ich würde hier eben dann als erst, als nächste Galaktische Legende, als dritte Ray farmen. Ganz einfach deswegen, weil, wie vorhin schon mal erwähnt, ähm, ist es sehr leicht für uns, Jedi Training Ray freizuschalten. Wir brauchen im Prinzip nur, ähm, die Ray, die wir schon haben, die, die, ähm, die Schrottsammlerin auszubauen, und Finn und den, ähm, Veteran Chewbacca zu farmen. Dann haben wir schon alle Einheiten, die zusammen sind, für Jedi Training Ray. Falls wir das schon vorher gemacht haben, dann haben wir sie schon. Falls nicht, würden wir das eben hier tun. Und das wäre ein ganz leicht für uns zu farbenes, sehr starkes, helle Seite-Team, das wir dann eben bauen können. Wir haben dann nämlich die Möglichkeit, beispielsweise ein Team zu bauen, aus, äh, Jedi Training Ray, R2-D2, BB-8, und Finn, und dann noch irgendeinen weiteren Charakter, vielleicht noch den Schmuggler-Veteran Han, oder so, ne, wie auch immer, äh, irgendwas, was da noch mit dabei ist von Widerstand, und wir hätten ein sehr schönes, ähm, Jedi Training Ray-Team. Selbst der gute Watt Tambor wird hier verwertet, und das ist auch der Grund, warum ich die Geonosianer, oder ein weiterer Grund, warum ich die Geonosianer, den Evox vorziehe, ist nämlich der, äh, Watt Tambor, ähm, ist ein, hat eine unheimlich gute Synergie, zusammen mit dem Imperator der Sith-Ewigen. Denn ihr wisst ja, Watt Tambor macht den Imperator fast unsterblich, und deswegen, äh, will ich den ebenfalls schnellstmöglich haben, denn dann kann ich aus Imperator der Sith-Ewigen, Sidious, Maul, Doku, das sind dann schon 1, 2, 3, 4 Charaktere, und dann eben noch Watt Tambor, kann ich ein komplettes Sith- beziehungsweise Separatisten-Team bauen, das sehr, sehr stark ist, und fast unsterblich, ja, also auch ein sehr, sehr schönes Team, bestehend, wie gesagt, aus Imperator der Sith-Ewigen, Sidious, äh, Maul, Doku, und Watt Tambor. Und damit hätten wir alle Einheiten, die hier sind, ähm, in sinnvolle Teams verwertet, keine Einheit wurde in irgendeiner Art und Weise unnötig freigeschaltet. Okay, Freunde, das war's soweit von meiner Seite aus, ich habe ein paar Details ausgelassen, wie beispielsweise, dass man von dem Phoenix-Team, äh, mit dem Phoenix-Team zusammen, da könnte man noch Sabine dazu farbeln, und dann die beiden Schiffe von dem Phoenix-Team, ähm, in dem Raid, ähm, mit dem Rancor schalten wir Han Solo frei, und Han Solo und Chewbacca zusammen fliegen ja Hans Millennium Falcon, und weil wir dann eben noch Admiral Akbar freischalten, haben wir dann mit den zwei Phoenix-Team-Schiffen und dem Hans Millennium Falcon drei Schiffe der hellen Seite, ja, und Admiral Akbar als Großkampfschiff, dementsprechend wäre das also schon eine kleine Mini-Rebellenflotte, und, ähm, es wäre auch noch relativ einfach, dann mit den Einheiten, die wir schon haben, beispielsweise, naja, ähm, Commander Luke Skywalker freizuschalten und so, und dann an Jedi-Ritter Luke Skywalker zu arbeiten, und Jedi-Meister Luke und so, das wäre auch noch eine Möglichkeit, das wäre dann wahrscheinlich nach, ähm, nach, nach der galaktischen Legende Rey eine Option, solche Dinge eben, ja, oder wie gesagt, die Schiffe der Geonosianer, damit kann man auch noch ein bisschen was anfangen, Greaves-Farm und so, solche Dinge, ähm, hab ich erst einmal ausgelassen, das kommt dann alles irgendwann später, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare rein, ihr wisst, ich lese alle Kommentare, und ich gebe mir Mühe, alle Kommentare zu beantworten, alle eure Fragen zu beantworten, und ich hoffe natürlich, euch hat dieser Guide gefallen, beziehungsweise der Farmplan gefallen, ähm, denn, äh, ja, ich hab mir große Mühe dabei gegeben, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich hier gerne vorgehen möchte, und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Klarheit gebracht, in dem, äh, wie sich unser Account zukünftig entwickeln wird, und ich glaube, es wird auch ganz spannend zu sehen, ähm, wie nah wir an dem Plan dranbleiben können, in naher Zukunft, welche Einheiten vielleicht noch rauskommen, die diesen Plan hier eventuell ein kleines bisschen durcheinander werfen. Ähm, also Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, hoffentlich bis zu weiteren Episoden, von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 2, unserer First Order Edition, und, äh, ihr wisst Bescheid, möge die Macht, mit euch sein. und, äh, und, äh, und, äh, und, äh,